Hi Leute! Dank euren Kommentaren sind Gams und ich auf eine richtig, richtig coole Videoidee gekommen. Und zwar haben sich ja einige von euch gewundert und auch gefragt, hey, warum habt ihr denn keine eigene Blackbox rausgebracht? Ihr seid ja auch Influencer mit einer hohen Reichweite und so weiter. Und da haben sich Gams und ich gedacht, ja, total schade, dass uns DM nicht angefragt hat. Aber so würde unsere DM Blackbox aussehen, wenn wir eine selber erstellen dürften. Deswegen haben wir uns einfach mal auf den Weg zum DM gemacht und haben einfach mal geschaut, okay, welche Produkte würde ich immer wieder nachkaufen, wenn sie leer gehen? Welche Produkte sind meine Lieblingsprodukte aus dem DM oder die ich gar nicht überleben kann, die ich wirklich jedem weiterempfehlen würde und die ich in meine eigene Blackbox packen würde? Und genau, Gams ist auch losgegangen, hat sich fünf Produkte rausgesucht und ich auch. Wir haben, glaube ich, alle versucht, nicht mehr als 20 Euro auszugeben. Ich bin, glaube ich, knapp drüber, aber ich glaube, das ist alles noch im Rahmen, weil zum Beispiel Hattis Box hatte ja auch knapp einen Wert von 30 Euro, also ich glaube 28 Euro oder so. Und wie ihr wisst, es ist ja heute Black Friday. Jetzt seid ihr wahrscheinlich alle voll am Shoppen und im Shopping-Fieber. Und ich dachte mir, ich schreibe euch in die Infobox mal so ein paar Codes, die ich habe, womit ihr sparen könnt, also falls ihr auch heute ein bisschen ausrasten wollt, dann schaut mal gerne in die Infobox. Da werde ich euch, wie gesagt, ein paar Codes zum Sparen verlinken. Und wie ihr seht, habe ich wieder neuen Schmuck an. Ich bin so, so happy. Ich komme ein bisschen näher. Und zwar habe ich hier so eine richtig schöne Kette mit dieser hier kombiniert. Ich finde die einfach nur wunderschön. Und zudem habe ich einmal neue Ohrringe. Und wenn ihr Pure Lay kennt, dann wisst ihr auch, dass sie Sachen von Pure Lay sind. Und ja, Pure Lay hat natürlich auch einen richtig fetten Code rausgehauen. Den werde ich euch mal hier einblenden. Und da bekommt ihr 50% auf alles ab einem Bestellwert von 100 Euro. Also könnt ihr mindestens 50 Euro und noch mehr sparen. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Schaut auch gerne mal bei denen vorbei, weil die haben echt richtig süße Sachen. Und ich bin so happy über den Schmuck. Und mein Pullover, ihr fragt mich ja auch immer, woher meine ganzen Sachen sind. Deswegen beantworte ich das mal kurz in dem Video, bevor wir mit dem eigentlichen Video starten. Mein Pullover ist von Chiquel. Und den werde ich euch in die Infobox verlinken. Also auch einen richtig fetten Rabattcode. Und zwar gibt es auf alle Chiquel-Produkte 35% Rabatt. Mit dem Code VIPBlack. Aber das verlinke ich euch, wie gesagt, alles nochmal in die Infobox. Also wenn ihr shoppen wollt und Geld sparen wollt nochmal zusätzlich, dann schaut gerne da vorbei. Und jetzt starten wir auch schon direkt mit dem Video. Ich bin wirklich so gespannt, was sich Gamze rausgesucht hat, weil wir haben uns die Produkte noch nicht bei WhatsApp oder so geschickt. Und ich starte einfach mal mit dem ersten Produkt, welches ich mir ausgesucht habe. Welches definitiv in meiner Blackbox landen würde. Und zwar ist das dieses Produkt von Balea hier. Das schaut so aus. Und das benutze ich sehr, sehr gerne. Würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Und zwar ist das von Balea pH 5,5 Hautneutral. Seifenfreie Waschlotion für empfindliche Haut. Ja, damit könnt ihr wirklich alles machen. Euren Körper abduschen. Und einfach alles. Also wirklich auch das Gesicht damit reinigen und waschen. Also das ist wirklich so ein Allrounder-Produkt. Das könnt ihr einfach für alles verwenden. Egal für was. Es ist pH-neutral. Es ist wirklich super sanft zur Haut. Trocknet die Haut nicht aus. Und ich liebe dieses Produkt. Man kann es halt wirklich einfach für alles benutzen. Egal für welchen Zweck. Weil es halt eben so sanft zur Haut ist. Und ja, deswegen musste das auf jeden Fall einmal in meine Blackbox. Es geht weiter mit einem meiner allerliebsten Lieblingsprodukte aus der Drogerie. Welches ich wirklich schon 100.000 Leuten empfohlen habe. Und zwar handelt es sich hier um diese Palette, die ich übrigens auch heute drauf habe. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Weil ich habe mein Make-up wirklich schon richtig lange drauf. Und zwar ist es von L'Oreal die La Vie & Glow Palette. In der Farbe 01 Warm Glow. Und das ist wirklich die beste Highlighter-Palette aus der Drogerie. Das schwöre ich euch. Die hat so schöne Farben. Die könnt ihr nicht nur als Highlighter verwenden. Sondern zum Beispiel auch als Lidschatten. Gerade die letzten zwei Farben, die benutze ich zum Beispiel nie als Highlighter. Weil die mir einfach persönlich zu dunkel sind. Aber als Lidschatten machen die sich halt mega, mega gut. Und die ersten zwei Töne benutze ich sehr, sehr gerne als Highlighter. Und das ist meiner Meinung nach wirklich der perfekte Highlighter. Ja, ich liebe diese Palette über alles. Weil man sie nicht nur als Highlighter verwenden kann. Sondern auch eben als Lidschatten-Palette. Und genau, wenn ich irgendwo unterwegs bin, packe ich mir meistens immer nur das hier ein. Und dann habe ich halt so ein 2-in-1-Produkt sozusagen. Und das ist wirklich eine richtig, richtig tolle Palette. Die ich einfach liebe. Ja, dann geht es weiter mit einer Maske, die ich mir auch sehr, sehr gerne kaufe. Und sehr gerne benutze. Und zwar ist es von Luvos. Die Heilerde-Anti-Stress-Maske. Intensive Pflege bei beanspruchter und zu Rötung neigender Haut. Regeneriert und beruhigt und ist vegan. Ja, für empfindliche Haut. Ja, wie ihr wisst, habe ich halt wirklich empfindliche Haut. Und ich bin auch sehr, sehr oft gestresst. Und ja, das ist wirklich die perfekte Maske für mich. Und ich liebe die über alles. Und Heilerde ist sowieso so ein kleines Wundermittel. Und deswegen liebe ich diese Maske einfach über alles. Und ja, musste auf jeden Fall auch ein Produkt meiner Blackbox sein. Ja, kommen wir zu einem Produkt, welches sich ebenfalls in einer Blackbox 2018 befindet. Darum konnte ich auf jeden Fall nicht vorbeigehen. Und ich brauchte es sowieso auch mal wieder und habe es mir gerade mal neu nachgekauft. Und zwar ist das von Batiste das Trockenshampoo in der großen Größe. Bei der lieben Kamuschka gab es das ja in der kleinen Größe. Auch die Duftrichtung Cherry. Wie gesagt, ich liebe, liebe, liebe diese Batiste Trockenshampoos einfach. Es gibt, glaube ich, echt kein besseres. Ja, das ist immer so das Erste, zu was ich greife. Das von Nivea finde ich auch ganz gut eigentlich. Aber das hier ist wirklich so meine Nummer 1. Und ja, deswegen musste das auch unbedingt in meine Blackbox rein. Und kommen wir jetzt zum letzten Produkt. Und da habe ich es mir wirklich so ein bisschen schwer gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil ich nicht wusste, was soll ich auswählen? Was ist denn jetzt so mein letztes Produkt? Und da bin ich dann wirklich nach sehr, sehr langer Suche auf einen Lippenstift hängen geblieben, den ich wirklich sehr gerne mag. Und zwar ist das von Maybelline, genau. Die Farbe 725. Und zwar ist es ein Color Sensational Lippenstift. Das ist kein matter Lippenstift. Weil jeder, der mich kennt, weiß, ich benutze halt total gerne so... Also heute habe ich zum Beispiel auch wieder einen button Lippenstift drauf. Aber ich toppe das Ganze gerne mal mit einem Lipgloss. Oder mag das Ganze so ein bisschen glossiger. Und das hier ist halt nicht so ein richtig matter Lippenstift. Ich zeige euch das mal kurz. Sondern das ist wirklich so eine schöne Farbe. Das ist meiner Meinung nach wirklich das perfekte Nude. Also das ist eine Saga-Farbe, ne? Und genau, deswegen habe ich mir gedacht, das muss ich auch in die Black Box packen. Weil das ist halt eben so meine Farbe, ne? Also wer mich kennt, das ist so typisch einfach eine Sarah-Farbe, ne? Weil wer mich kennt, weiß, ich liebe solche Töne. Und das ist einfach der perfekte Nude-Toon meiner Meinung nach. Und genau, das war auch schon mein letztes Produkt aus der Black Box. Ähm, ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr zu meiner Box gegriffen hättet, wenn sie im Handel gewesen wäre. Also wie gesagt, das wäre meine Auswahl von Produkten gewesen. Und Gams und ich haben uns gedacht, dass wir drei Boxen machen. Also quasi dreimal diese Produkte nachkaufen und euch sozusagen schwarze Boxen machen und die eben an euch verschicken. Also habt ihr heute dreimal die Möglichkeit, diese Black Box hier zu gewinnen. Also unsere eigene Black Box sozusagen. Und wenn ihr mitmachen möchtet, dann macht gerne mit. Ich schreibe euch den Teilnahmeschluss in die Infobox und schreibe euch die Gewinner dann natürlich auch in die Infobox. Also wie gesagt, falls ihr Bock auf die Produkte habt, macht sehr, sehr gerne mit und schaut im Anschluss sehr gerne nochmal bei der Gamsu vorbei. Ich musste auch gleich mal schauen, weil ich echt so gespannt bin, was ihre fünf Produkte sind. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns alle beim nächsten Mal wieder und bis dann. Ciao!